Der Deutsche Journalistenverband DJV hat jetzt eine Pressemitteilung auf seiner Webseite veröffentlicht, die einer Art Brandbrief an die öffentlich-rechtlichen Sender gleicht. Mit natürlich der ganz dringenden Forderung, wir brauchen mehr Geld. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wenn man so die Schlagzeilen durchgeht, dann sieht man natürlich sehr interessante Sachen. Vor allem dann, wenn man sie mit ein paar anderen Nachrichten aus der Vergangenheit kombiniert und sich dann überlegt, wie heftig eigentlich mittlerweile manche Sachen hier in Deutschland falsch laufen. Ich meine, aktuell ist es ja so, dass die GIZ-Gebühren bereits angehoben wurden und aktuell jeder Bürger und jedes Unternehmen in Deutschland 220 Euro im Jahr blechen muss für das Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender und so weiter. Ich hatte ja neulich schon in einem Video auch dargelegt, dass dabei die Berichterstattung sehr häufig parteiisch ist, zugunsten einiger weniger Parteien und nicht neutral, wie es eigentlich der Auftrag dort ist. Und jetzt hat hier eben der Vorsitzende von diesem Journalistenverband, Frank, überall gesagt, ja, die Inflation, die steigt halt überall und wir brauchen eben deswegen mehr Geld. Die ganzen Milliarden, die wir jedes Jahr an Zwangsgebühren bereits kassieren, die reichen noch nicht aus. Und er sagt jetzt hier wortwörtlich, schaut mal, dass die Arbeitsbelastung in den Redaktionen permanent ansteige, ohne dass Gehälter und Honorare der Journalisten inflationsgerecht angehoben würden. Das geht auf Dauer nicht gut. Der einzige Ausweg ist ein höherer Rundfundbeitrag. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das muss so ungefähr 2017 oder so gewesen sein, da war ich auch mal im Fernsehen und zwar damals mit Dietmar Deffner zusammen, bei N24 hieß das noch, das gehört ja jetzt zur Welt, das ist in Berlin am Potsdamer Platz. Und da war ich dann so im Fernsehstudio und ganz beeindruckt so von den ganzen Kameras und Aufnahmequipment und so. Und da hat mir damals der eine Mitarbeiter dort erklärt, dass die Arbeit, die in so einem privaten Fernsehsender jetzt zum Beispiel ein Kameramann macht, mit den unterschiedlichen Kameras und den ganzen Aufnahmeequipment und so, dass das bei öffentlich-rechtlichen Sendern in der Regel so zwei bis drei Leute machen. Ja, und dann ist es natürlich auch vollkommen klar, wenn jetzt das, was bei einem privaten Sender eine Person machen muss, weil ein privater Sender eben sein Geld tatsächlich durch Arbeit verdienen muss, die eben der Markt bezahlt und nicht durch Zwangsgebühren, dann ist es ja auch vollkommen logisch, dass man eben irgendwann bei den öffentlich-rechtlichen Sendern Probleme bekommt, wenn man eben ständig Jobs schafft, die eigentlich gar nicht benötigt werden. Und vor allem dann, wenn man rund um die Uhr hohe sechsstellige Abfindungen zahlt an Leute, die eben dort mal gearbeitet haben. Und da habe ich was ganz Spannendes entdeckt, was natürlich viele von denen wieder versuchen, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Und dort haben sie dann damals eben auch mit sehr, sehr, sehr wenig Transparenz gearbeitet. Aber ich sage nur, der ARD-Funktionär Reinhard Skollik, letztes Jahr war das Ganze, der wollte nämlich eigentlich noch ein bisschen länger damals für die öffentlich-rechtlichen arbeiten. Und sein Vorsitzender hatte seinen Vertrag auf 2024 verlängert. Doch der Vorsitzende, der wurde dann ausgetauscht und es kam eine neue Intendantin, nämlich Katja Wildermuth. Und die hat gesagt, nein, ich will diesen Reinhard Skollik nicht mehr haben und deswegen muss sein Vertrag vorzeitig abgelöst werden. Und jetzt haltet euch fest, Leute. Wisst ihr, wie viel Abfindung der dann kassiert hat? 700.000 Euro. Und jetzt habe ich mal kurz ausgerechnet, dass für diese 700.000 Abfindung, die der Reinhard Skollik bekommen hat, insgesamt 3.181 Bürger in Deutschland Jahresbeiträge von 220 Euro zahlen, was dann erstmal direkt von den Bürgern umverteilt wird in diese Abfindung von diesen Funktionären dort. Ja, wenn ich so wirtschaften würde, dann ist es ja kein Wunder, dass ich immer mehr Geld brauche. Aber dass dann die Lösung ist, die Beiträge jetzt noch weiter anzuheben, ist natürlich komplett frech und dreist. Die einzige Lösung wäre eine Art Gesundheitsschrumpfung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich bin sowieso dafür, dass man die Zwangsgebühren komplett abschafft, weil dann kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk nämlich mal beweisen, ob er wirklich einen Mehrwert hat, so wie alles andere am Markt. Und dann müssten sie halt eben das qualitative Angebot so anpassen, dass Leute eben auch freiwillig bereit wären zu zahlen. Und das wäre ja durchaus der Fall. Also viele Leute in Deutschland würden ja freiwillig weiterzahlen, weil sie ja die Öffentlich-Rechtlichen so gut finden und so. Und somit würde eine normale Gesundheitsschrumpfung passieren. Aber ich bin noch nicht fertig mit dem kleinen Klartext hier. So leicht kommen die mir nicht davon. Ich habe jetzt nämlich auch noch entdeckt, dass der Reinhard Kollig nicht irgendwo bei den ÖRRs gearbeitet hat, sondern bei meinen Freunden vom Bayerischen Rundfunk, ja. Und somit möchte ich jetzt hier nochmal schöne Grüße nach Bayern dort zum Rundfunk senden. Vielleicht kann ja der Max Gilbert, der seine Zeit nach dem Journalismusstudium ja damit verbracht hat, Artikel gegen mich zu schreiben und zu versuchen, mein Geschäftsmodell schlecht zu reden und so. Vielleicht hier nochmal einen kleinen Faktenfuchs-Check machen und die Fakten überprüfen und mal ausrechnen, wie viel Gebühren eigentlich jährlich verschwendet werden beim ÖRR. Das wäre doch mal wirklich ein interessanter Artikel. Und wenn er das nicht alleine schafft, ja, dann kein Problem. Dann kann er ja wieder auch seine ganzen Experten befragen, die er ständig braucht, um dann zu urteilen, wie moralisch erklärbar das für die Allgemeinheit ist und ob das eine Gefahr für die Gesellschaft ist oder nicht. Ich... Vielen Dank.